Hähäähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh results. Willst du auch mal? So reIST euch das jetzt schon, am ekel? H colleague dan kiegate So ich spür den Heil Bei einer kleinen evalu lette kommen die nebenhöhe da muss ich mal ganz gerne rein weil ich steck den tiefer Oh mein Gott Boah, boah, es tut auch ein bisschen weh. Reicht euch das jetzt schon an Ekel? Soll er tief mal rein? Oh ja, auf der Seite. Ein bisschen was, so ein Zäpfchen am Zäpfchen fühlt sich total doof an. Okay, jetzt. Ich frage euch nochmal, jetzt? Reicht's jetzt? Nein! Hey, diese Schöne, wir haben ein Ballon im Kopf und ihr gehört jetzt eure Begeisterung. Zwei Laufmasse! Kommt, ihr habt den Applaus her! Ich würde nicht aufschieben, oder, Schöne? Aber es war bemühtisch, dass das Ding rauskommt. Boah, das wäre vielleicht, weil wir jetzt noch ein lustiges Luftballons hier haben. Okay, Mann, ich tue es aber ganz lustig zur Seite. Sehr schön. Okay, wir kommen zur nächsten Nummer. Wunderbar, für euch. Sag mal, kannst du mir das einmal, kannst du kurz mal aufstehen? Ja, wie heißt du denn?